Die Mayers Mansion Man kennt es aus dem amerikanischen Film Matahari, der nackte Spion. Ihre strenge Tante wurde von der im Haus lebenden Schauspielerin Ingrid Marsmann gespielt. Ingrid ist die Autorin des kommenden Buches In Touch with the Dutch, die Geschichte hinter den Häusern von Sances Hans. In ihrem Buch beschreibt sie, wie ihr Haus Tönes Slachter, dem Bürgermeister von Westson, gehörte. Ingrid bringt sie gerne zurück in seine Zeit. In traditioneller Tracht spielt sie Katja Slachter, die Frau des Bürgermeisters. Sie lädt sie stolz in ihre Mayers Mansion, das Bürgermeisterhaus, ein. Eine einzigartige Gelegenheit, weil Privathäuser normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Im Büro ihres Mannes zeigt Katja ihren antiken Schornstein und erzählt Geschichten aus ihrem persönlichen Leben. Der Besuch der Mayers Mansion dauert eine halbe Stunde und kann mit einem Sances Horns Village Walk kombiniert werden, der von Katja Slachter geführt wird. Diese Wanderung wird von Ingrid und ihrem lokalen Experten-Team durchgeführt. Ihre Geschichten sind informativ und unterhaltsam. Buchen Sie jetzt eine Tour. Katja Slachter freut sich auf Sie. Katja Slachter freut sich auf Sie.